So, at the next top match lautet Liverpool gegen Bayern München. Der Liverpool gegen die Bayern. Ja, hier hat es einige Abgänge gegeben. Ja, bei Liverpool hat man auch ein bisschen was scannet. Ein paar neue geholt. Unter anderem ein von Reimer, die dann ist da. Schaut gut aus. Ja, hier musste der Abgang von Fanggemer verkraftet werden. Man hat aber nach Ersatz gesucht und hier in Werner gefunden. Oh, opa na. Geht's noch in da? Einige Abgänge werden in dieser Champions League nicht zu sehen sein, noch von Bayern. Schauen wir mal so, 9,9 von Cain, auch 9. Alter, Robert hat jetzt so ein ähnliches Dress gehabt, wie deine. Das müsste ein neues Dress spielen. Das hat jetzt so ähnlich, nicht ganz, aber es hat jetzt im ersten Moment so ausschaut, wie sie alle beieinander gestanden sind. Ja, Ronaldo, auch neu jetzt hier bei Liverpool. Cool! Wenn Sie nach das richtige Geschenk suchen, melden Sie einfach mal einen Weg in unseren Fanshop. Da finden Sie alles, was das Fernsehen beginnt. Oh! Wiener, gib doch mal einen Schuss ab. Oh! Oh! Mit dem Gebüter Öffa. Vielen Dank. Ja, was es noch zu sagen gibt, Bayern München hat um 420 Millionen eingekauft, 350 haben sie eingenommen. Bei Liverpool haben sie 860 ausgegeben und 820 eingenommen, also das halte sich die Waage. Eure. Long. Nein. Xin Long. Nein. Nein. Ja, 39 Minuten gespielt. Es sind nicht viele Chancen dabei, aber bislang ist der Pool sehr effizient. Es sind nicht viele Chancen dabei, sondern es sind nicht viele Chancen dabei. Leitch Ja, gut runtergespielt hier von Liverpool bislang. Okay, Özelbroa-Tank. Lass mal noch. Spielerwechsel bei Bayern München. Nicht mehr auf dem Platz. Die Nummer zwei. Robert Lewandowski. Nur auf dem Feld. Die Nummer vier. Die Nummer sechs. Fabinho. Neu in der Partie. Die Nummer eins. Die Nummer sechs. Frenkie Gugliel. Die Nummer sechs. So, ich weiß jetzt nicht, ob du noch da bist. Michi aber, lauft orsch. Und das mit dem Speicherstand habe ich eh gemacht. Nein, Speicherstand habe ich gelöscht, taucht aber immer wieder auf. Alter, geh schnell durch, Daniela, wenn schon. Boah! Harry Kane! Tore of Liverpool, die Nummer 10, Henry Kane. Und das mit dem Fall wird auch immer wieder auf. Boah! Tore of Liverpool, die Nummer 10, Henry Kane. Und das mit dem Speicherstand habe ich gelöscht. Und das mit dem Schwangerstand, den statsichen Streich. Alter, echtes? Alter. Genau, echt jetzt, Alter. Stopp. Das stimmt. Aber das mit den Speicherständen ist arsch. Ich habe die PS4-Speicherstände gelöscht. Aber was muss ich löschen? PS4-Daten. Die habe ich gelöscht. Alle. Alle, alle gelöscht. Oh. 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 Yes! Oh, Alter. Das gibt es ja nicht. Okay. Ich meine, es kann sein, dass er es wieder angelegt hat, aber ich lösche es immer. 50. Champions League Treffer. Ja, wir haben mir heute schon zugeschaut, wie ich in meiner Jugend gespielt habe bei Frankfurt und so auf Händen. Mit einem kleinen Anfänger. Weiter. Mach ich mich hier. Alter, scheiße. Fahndyke. Die Nummer vier. Fairtrade von Depp. Alter, der klappt auch, der ist Robben. Was ist das? Robben. Ach so. Oh, wo spielst du hin? Ciao. Nein! Aufgrund der Home-Niederlagen? Alter. Scheiß-Verteidiger. Na gut. Na gut. Okay. Uh! Uuuuuh! … Oh!